Die Burg Eisenhardt, die größte Höhenfestung Norddeutschlands, erhebt sich im Südwesten der Kreisstadt Bad Belzig und ist die markanteste Wahrzeichen. Im Laufe der Geschichte diente sie vielen Zwecken. Heute finden hier unter anderem eine Außenstelle des Standesamts, die Stadtbibliothek und ein Heimatmuseumplatz. Im Hofladen der Burg können Freunde der süßen Versuchung handgemachte Schokoladen erwerben. Der Burgkeller wird für Veranstaltungen verschiedenster Art genutzt. Besucher können sich auch im Burghotel einquartieren, in dem über 30 modern eingerichtete Zimmer mit rustikaler Atmosphäre auf sie warten. Auch der Burghof hat ein reiches Kulturangebot für Besucher. Im Sommer finden dort regelmäßig Theateraufführungen und Konzerte statt. Willkommen auf der Burg Eisenhardt. Schritte Perfmer 5-0-8-1-1-2-Jet-E Abel 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 Untertitelung des ZDF, 2020